Herzlich willkommen beim Neumond-Horoskop für den September-Oktober-Reihen. Und da haben wir eine schöne, spannende Anballung, die aber auch sehr viele positive Überraschungen bereithält. Und warum dieser Neumond wichtig für dich ist und wie du Frustration vermeiden kannst, das erzähle ich dir in diesem Video. Schauen wir uns gleich mal den Neumond an. Der Neumond findet am 15. September im Zeichen Jungfrau statt. Und Sonne im Mond treffen sich also in der Jungfrau. Was bedeutet denn Jungfrau? Jungfrau heißt sparsamer sein, rationeller sein, sich die Dinge besser einteilen, nicht ganz so verschwenderisch sein, wie der Löwe die Sommerzeit ja sehr verschwenderisch war. Und da haben wir auch schon die Tendenzen dazu, dass man eben jetzt momentan wieder in eine Phase kommt, auch so Mitte September, Ende September, wo es eigentlich darum geht, ein bisschen sich zurückzunehmen, sparsamer zu sein, ein bisschen genauer zu planen, auch mit den Finanzmitteln einfach ein bisschen Acht zu geben. Und da kann ganz viel Frustration drinstecken in diesem Neumond, weil die Wünsche, die Hoffnungen der Neptun in den Fischen ein bisschen so in der Opposition, nicht ein bisschen, die steht in der Opposition zu Sonnen im Mond. Und da träumt man halt groß oder hat größere Vorstellungen, als oft das Börsel hergibt. Und deshalb ist man da zur Vorsicht aufgerufen. Das nächste große Frustrierende an diesem Sternenhimmel ist natürlich auch der rückläufige Merkur. Du weißt, bei Merkur rückläufig aufpassen mit Verträgen, mit Anschaffungen von Maschinen. Da kann es eben immer so, da kann man so ein Montagsgerät bekommen, also wo es dann einfach ein bisschen schwieriger geht. Also da kann es immer wieder zu Missverständnissen kommen. Und neben dem Merkur sind aber auch, und das ist durchaus bemerkenswert, alle Langsamläufer, Pluto, Saturn, Jupiter und der Uranus rückläufig. Das heißt, da ist so die kosmische Energie generell eine gebremste. Also stell dir vor, der ganze Kosmos drückt auf die Bremse und du planst aber schon vor, du möchtest aktiver werden. Das bedeutet auch so ein bisschen, so dieser Merkur, der ja jetzt da sagt, okay, da gehört was geschaffen, da gehört etwas gemacht, auch vom Geschäft her vielleicht was geändert oder beruflich auch was geändert. Aber da steht noch alles ein bisschen auf der Bremse und daher sollte man da einfach noch aufpassen und sich nicht frustrieren lassen, wenn jetzt nicht alles gleich so geht. Wir werden dann, nächste Woche schaue ich dann mal rein, wir haben auch eine wahnsinnige Glückskonstellation ab dem 21. September am Sternenhimmel. Da rede ich dann nächste Woche drüber. Aber momentan ist das alles noch blockierter, frustrierter und das kann eben zu einem eher schwierigen Start führen in diesen neuen Mondzyklus rein. Was fällt auf? Also wir haben auf jeden Fall ein Uranus Trigon auf Sonne, Mond. Uranus Trigon ist ja eigentlich was Positives und ich habe schon gesagt, Uranus steht im Stier und das ist ja immer so der Wandel der Werte und da hätte ich noch einmal so ein bisschen diese finanzielle Komponente, also wo man sagt, okay, da bin ich nervöser oder ich werde ein bisschen unruhiger, was meine Finanzen angeht. Also das ist da durchaus eine Zeit, wo man sich Gedanken machen kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass es da um die Gefühle geht. Das heißt wirklich, dass man sagt, okay, ich bin gefühlsmäßig ein bisschen nervöser oder ich bin ein bisschen aufgeladener. Also auch das kann es da bedeuten, dass man da unruhiger ist. Andererseits im Trigon befeuert der Uranus natürlich auch noch einmal die Sonne zu neuen Ideen und da können auch die neuen Geschäftsideen, das, wo man vorwärts plant, sehr gut schon einmal in den Gedankenprozess kommen. In die Umsetzung kommt es dann erst ein bisschen später. Da haben wir dann eine Woche später circa, also so ab 21. eine super, super Umsetzungskonstellation. Aber momentan kann es sein, dass eben Pläne da durchaus kommen oder Veränderungen kommen, die sehr, ja, die sehr förderlich sind. Mit dem Neptun, um da noch einmal darauf zurückzukommen, Neptun in Opposition zur Sonne, Mond. Das ist eben so das Träumerische. Es kann auch sein, dass einem die Kraft ein bisschen ausgeht. Also dass man da so das Gefühl hat, okay, ich fühle mich ein bisschen schlapper. Und was auch ganz ein spannender Aspekt ist, ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes spannend. Moment, das ist der Saturn. Und der Saturn hat eine Opposition zum rückläufigen Merkur, beide rückläufig. Also man kann sich schon vorstellen, Merkur und Saturn, beide laufen zurück. Das ist was Frustrierendes. Also da komme ich nicht so in die Gänge, wie ich es mir vielleicht vorstelle. Da komme ich nicht ganz so in die Kraft, wie ich es mir vorstelle. Oder ins Tun, wie ich es mir vorstelle. Also das ist schon wieder Frustrationspotenzial. Da wirklich sagen, okay, nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern einfach einmal durchatmen und das noch ein bisschen aussitzen, diese gebremste Energie, denn es wird ja dann leichter werden. Ja, was wir noch drinnen haben, und da geht es jetzt um Herz, um Liebe und um Liebesträume. Wir haben ein Quadrat, Jupiter zur Venus. Und dieses Quadrat, also die Venus, ist da so im, ja, vielleicht auch ein bisschen im Liebestraum oder im Übertreiben. Also da kann man auch eben sagen, übertreibe nicht mit deinen Ausgaben. Das ist da wichtig. Ja, so Venus, Venus, Jupiter. Oder natürlich auch mit Liebesvorstellung, mit sich da irgendwo öffnen und dann irgendwo reinverlaufen und etwas zu viel erwarten, als vielleicht dann auch rausschaut. Also auch da wieder bei dir bleiben, ein bisschen nüchterner bleiben, ruhiger bleiben, alles ein bisschen runterfahren, so rein von der Energie her, weil das wird dir da sicher gut tun und auch dich gut unterstützen. Denn unter dieser Konstellation kann es eben sein, dass man da etwas, ja, etwas zu viel neigt, zum zu viel Ausgeben oder auch eben sich auch emotional zu sehr in etwas reinverstricken, was dann vielleicht gar nicht so, ja, so richtig zu tragen kommt, wie man es sich dann wünscht oder oft vorstellt. Also da haben wir auf jeden Fall eben dieses, dieses Blockierte, dieses, dieses, ja, ein bisschen Anstrengende und Mühsame drinnen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, so die ganz dramatischen Konstellationen oder irgendetwas ganz Anspannendes ist nicht drinnen. Wir haben noch ein schönes Sextil zwischen, zwischen Mars und Venus, wo man auch wirklich dann sagt, okay, gut, da können sich gute, harmonische Gespräche entwickeln. Also man kann sich auch vielleicht Sachen auch einmal ganz gut wieder, ja, also man kann auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommen, auf einen grünen Zweig kommen. Also da kann es natürlich sein, dass man da sagt, okay, das gleicht sich gut aus. Also wenn man es ganz archetypisch sieht, das Männliche mit dem Weiblichen kann sich da eben auch mit harmonisieren, ausgleichen und das ist ja durchaus eine, eine positive Geschichte. Wie gesagt, nicht zu übertreiben. Also nicht zu übertreiben, die Energie ist eher eine, nimm dich zurück, bleib ruhig, finde neue Strategien, plane konkret davor raus, lass dich nicht zu sehr frustrieren von dem ganzen, ja, von den Umständen oder wenn etwas nicht ganz so ins Fließen kommt, wie es du dir gleich vorstellst und aufpassen eben auch vor dem großen Liebestraum. Also das wären so meine zusammengefasst Tipps für so Mitte September bis Mitte Oktober und du wirst dann sehen, nächste Woche spreche ich dann noch einmal eben, wie gesagt, um eine ganz, ganz tolle, glückliche Konstellation, die dich da erwartet. Das schauen wir uns dann, aber dann erst ab 21. September an und eben nächste Woche hier auf diesem Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und schaue auch mal rein. Ich gebe jetzt auch wieder Workshops, nicht nur Astro-Workshops, sondern ich habe einen ganz tollen Workshop, wo man gerade so festgefahrene Strukturen einfach lösen kann, eben so die Kraft der Vergebung, wo es wirklich so um Familienmuster geht und das auch aufzulösen. Also schaue einfach mal bei meiner Homepage rein und vielleicht spricht dich der Kurs an. Der ist ja noch live in Lenz nächstes Monat. Ich wünsche dir eine gute Zeit aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal.